Der Cinema News Flash. Brandheiße Infos aus Hollywood und umgeben. Moin Moin, herzlich willkommen zum Cinema News Flash hier aus Hamburg. Die erste Meldung betrifft Matthew Vaughn. Das ist der Regisseur von Kick-Ass unter anderem und auch von X-Men First Class. Und der bringt jetzt am kommenden Donnerstag am 21.09. seinen neuen Film in die Kinos, nämlich Kingsman The Golden Circle. Und das ganz nebenbei gesagt, ist wirklich eine gelungene Fortsetzung zu seiner Action-Currentie von 2014. Macht jede Menge Spaß, sehr viel Over-the-Top-Action. Shannon Tatum ist fantastisch und Colin Firth ist ja auch zum Glück wieder mit dabei. Also auf jeden Fall im Kino angucken, lohnt sich. Zurück zu Matthew Vaughn. An einiger Zeit ist er bekannt, dass er in den Gesprächen ist, um Man of Steel 2 zu inszenieren mit Henry Cavill. Jetzt wurde er danach auch nochmal gefragt, wie denn so seine Visionen des Ganzen aussehen. Und er sagt, eigentlich ist das Ganze, so wie er sich das vorgestellt hat, ziemlich langweilig, denn er möchte einfach nur einen Superman-Film machen. Im Stile von Richard Donner, also eine moderne Version von Richard Donners Klassiker von 1978. 70 keine großen Spiränzchen, sondern eine straighte Heldengeschichte. Und für ihn sagt er, Superman ist für mich das Licht in der Dunkelheit. Das ist ein Feelgood-Held. Der soll Spaß machen, der soll Hoffnung geben. Und mit dieser ganzen Düsternis kann er nicht wirklich was anfangen. Und deswegen wird sein Ansatz eher optimistischer werden. Er hatte schon mal mit Mark Miller, mit dem Drehbuchautor 2010, eine Idee gepitcht bei Wild Rock Brothers. Die wurde allerdings nicht genommen. Stattdessen wurde ja die Version von Zack Snyder, beziehungsweise Christopher Nolan, David Goyer genommen, nämlich Man of Steel. Okay, jetzt scheint es allerdings an der Zeit zu sein, so ein bisschen Licht wieder in das Superman-Universum zu bringen. Vor allen Dingen, weil Wonder Woman ja auch so gut performt hat an den Kinokassen, mit dieser Leichtigkeit gepaart mit Tragik, mit Witz. Und das will Matthew Warren dann wohl auch in seinem Man of Steel 2 unterbringen, sofern der Deal dann auch wirklich am Ende zustande kommt. Ich fände es sehr, sehr gut. Matthew Warren, der kennt sich ja mit Comics aus. Ich hatte es eingangs erwähnt mit Kick-Ass. Also er kennt dieses Brachiale. Er kann aber auch so ein bisschen das Feinsinnige in X-Men First Class. Also der hat auf jeden Fall eine große Bandbreite und kennt sich in der Comic-Welt bestens aus. Die zweite Meldung des Tages betrifft Artemis Fowell. Ich weiß nicht, ob ihr die Bücher kennt. Das sind ja Jugendbücher, so im Stile von Harry Potter. Ich mochte die eigentlich immer so ein bisschen lieber als Harry Potter, weil das mehr Ecken und Kanten hatte, fand ich. Das ist von einem irischen Autor namens Ian Koffer geschrieben. Der erste Band kam 2001. Mittlerweile sind sieben weitere Bücher erschienen. Und da geht es um einen zwölfjährigen Jungen, der ja eigentlich Mitglied eines Verbrecherclans ist. Eine Verbrecherfamilie und der den Niedergang seines Clans aufhalten will. Und ja, ist eigentlich eher so ein Anti-Held, kein klassischer Held. Er legt sich auch mit den Elfen an, freundet sich nachher dann aber auch mit einer an und erlebt dann viele großartige Abenteuer und legt sich auch mit sehr, sehr vielen monströsen Kreaturen an. Da gibt es jetzt also eine Verfilmung. Kenneth Branagh wird die inszenieren bei Disney. Und Judi Dench ist jetzt auch im Gespräch für eine Rolle. Wen sie spiel wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Genauso wenig wie die übrige Setzung. Das Ganze soll 2019 am 9. August dann in die Kinos kommen. Ich finde es gut, war auch längst überfällig, dass Artemis Fowl mal ins Kino kommt. Vor allen Dingen bei Harry Potter, ja, ist ja ausgelaufen. Aber die Fantastic Beasts gibt es ja noch und vielleicht dann nochmal so als Gegengewicht. Ich freue mich und warte ums Fowl. Ich habe die Bücher sehr, sehr gerne seinerzeit gelesen. Tja, und die letzte Meldung betrifft Beverly Hills Cop 4. Ich weiß nicht, ob ihr darauf gewartet habt. Ich eigentlich nicht so wirklich. Ich finde den ersten Film, den fand ich natürlich fantastisch von 84. Die Fortsetzung von 87 fand ich noch okay. Von 94, den dritten Teil, den konnte ich gar nicht haben. Also mit dem konnte ich gar nichts anfangen. Naja, und jetzt soll 23 Jahre später also der vierte Teil kommen. Beziehungsweise wird das Ganze dann wahrscheinlich erst 2018 bzw. 2019 in die Kinos kommen. Und ob Eddie Murphy dann wirklich mit von der Partie ist, ist noch nicht ganz bekannt. Aber ich gehe da mal ganz stark von auf, weil so viel hat er jetzt ja auch nicht auf dem Zettel, dass er diese Chance auslässt. Wobei, 2013 war schon eine TV-Serie geplant und da hat er seine Zustimmung verweigert. Er hat gesagt, das macht er nicht. Und ich denke, dass er gerade auf einen Kino-Reboot gewartet hat. Im Gespräch für weitere Rollen sind derzeit Janet Tatum und Tom Hardy. Das Ganze soll in Detroit auf jeden Fall gedreht werden, in erster Linie. Und ich bin mal gespannt, ob Axel Foley zurückkommt. Und ja, obwohl je öfter ich jetzt so darüber nachdenke und darüber rede, hätte ich doch schon mal wieder Lust, das Ganze zu sehen. Vor allen Dingen, wenn ich Tom Hardy und Janet Tatum noch mit drin habe, in Verbindung mit Eddie Murphy. Den ersten, hatte ich gesagt, fand ich unfassbar gut. Ein Klassiker der 80er Jahre. Mal gucken, ob, wenn sie es wieder auflegen, das in den gleichen Scham versprüht. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht was draus. Wir sehen uns morgen wieder. Ein letztes Mal vorerst. Denn dann gehe ich so ein bisschen in die Sommerpause und in die Spätsommerpause. Ich fahre nämlich auch noch mal in den Urlaub. Danach bin ich aber natürlich dann wieder für euch da. Aber bevor das soweit ist, morgen gibt es dann noch mal den Newsflash. Und nicht vergessen, den Newsflash gibt es auch als Podcast bei iTunes zusammen mit unserem anderen Podcast Cinema Shortcuts. Da nehmen wir die neue Episode am Morgen auf. Also morgen am Mittwoch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wie gesagt, haut rein. Bis dann. Tschüss. Der Cinema Newsflash. Brandheiße Infos aus Hollywood und Umgebung.